Sie hatten also langfristige Stellen an der Lok und an der MacArthur. Ziemliche Brennpunkte. Da gibt's viel zu tun. Guten Morgen. Ich habe nur eine Regel. Eine einzige. Wenn ihr nicht hier sein wollt, müsst ihr nicht kommen. Das ist dein Problem. Ich beschwere mich beim Kontakt. Beschwere dich, wo du willst. Warum verfolgst du mich? Das tue ich nicht. Hast du mir ein Zehnerlein? Komm schon, Mann, ich habe Hunger. Warum behandelst du mich wie ein Kind? Du bist ein Kind. Ich habe sie längere Zeit in der Schule beobachtet. Sie sehen immer so traurig aus. Halt bloß dein blödes Maul oder soll ich noch auf sie aufpissen? Sex, 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 ja. Ich war früher auch sehr wütend. Aber du hast überhaupt keinen Grund, auf mich wütend zu sein. Ich bin einer der wenigen Menschen, der dir in deinem Leben eine Chance gibt. Schön, wieder eine Kreative. Ich liebe Lea. Sie sind die Warte. Halt die Knappe! Wo sind nur all die Eltern? Du bist die einzige Familie, die ich je hatte, Henry. Ich kann nicht deine Familie sein.